Manchmal habe ich ja so ein paar Konzentrationsprobleme, ja. Und die deuten sich manchmal entweder, ja, deuten sich an und manchmal zeigen die sich auch. Und manchmal ist es so, dass diese Konzentrationsprobleme dann auch irgendwie eine Wirkung bei mir haben, nicht? Ja, und mir ist letztes Mal was passiert. Ich war ja in einem Lokal, weil ich ja so Formel-1-Fan bin, nicht? War ich in einem Lokal und da habe ich, ja, Formel-1 geguckt. Und in einer Sportsbar, so heißt das Ding. Ja, und dann musste ich auf Toilette. Und da ist wieder mal so, die Konzentration bei mir hat dann wieder so Symptome hervorgebracht. Aber gut, das kann ich euch mal erklären. Ich habe das mal aufgenommen, ne? Leute, schaut euch das mal an. Ja, ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht so ganz zu verstehen für manche, aber für mich ist das eigentlich, ja, passiert das manchmal, ne? Also, bis dann erst mal. Schöne Grüße und hier war euer Dier, Johnchen Dier. Ciao. Tschüss. Ja, Leute, irgendwie stören mich, wenn ich beim Urinieren bin, nicht? Dann stört mich das hier immer so. Deswegen, ich muss mal ein bisschen aufräumen. Ich finde ganz einfach, diese roten Dinger da drinnen, nicht? Das ist alles so störend. Das geht nicht so. Weil, weil dann, dann fände ich das Ziel nicht. Und ihr wisst ja, das Ziel, so, ich liege das mal alles hier her. Das Ziel ist ja das Ding da, ne? Und nicht das Rote. Naja, gut, okay. Ja. Warte mal. Kann man das noch sehen? Ja. Schöne Grüße von Johnchen Dier.